Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In einigen Videos schreiben Zuschauer oder in den Kommentaren oder manchmal auch in ihren E-Mails, dass ich, wenn ich über die Seele rede, an 99% der Menschen vorbeirede. Das mag sein, aber dieser Kanal ist so, wie er ist. Und ich finde es wichtig, dass wir über die Seele reden, vor allen Dingen auch deswegen, weil das eigentlich das Einzige ist, was langfristig zählt. Denn unsere Seele ist unsterblich und der Körper, der wird uns irgendwann verlassen. So schön unser Körper ist, so sehr wir ihn lieben, so schön unser Zuhause ist, so sehr wir es lieben. Und das ist gut so, dass wir den Körper lieben, dass wir unser Zuhause lieben, dass wir es auch pflegen, unser Zuhause pflegen, den Körper pflegen, uns pflegen, dass wir die Menschen, die wir lieben, um uns herum pflegen oder dafür sorgen, dass sie sich über uns freuen, so vielleicht wie wir aussehen oder über ein schönes, gemütliches Zuhause mit Kerzen oder mit Kuchen, mit einem schönen Kaffee. Okay, das ist gut so, denn es ist auch Respekt vor dem Schöpfer, uns zu pflegen, dafür zu sorgen, dass wir respektvoll auch aus dem Haus gehen. Ja, vielleicht nochmal schön gucken, ist der Mantel auch sauber, ist die Jacke sauber. Ja, leider gibt es heute, leider, leider gibt es heute. Es ist ein allgemeiner Spruch, aber ich sehe um mich herum doch viele Menschen, denen das vielleicht nicht so wichtig ist. Ja, die Seele ist tatsächlich das, worauf es ankommt. Jetzt zur Zeit, der Winter ist da, es ist kalt, die Weihnachtsmärkte sind wieder da, in den Städten ist es auch voll, diese C-Geschichte ist offensichtlich weg, man sieht wirklich fast niemand mehr mit dem Läppchen, ein oder zwei Personen innerhalb von tausenden von Menschen auf einem Weihnachtsmarkt. Und ich entdecke ja auch immer gerne wieder die Stadt, in der ich lebe, neu, Aachen. Ich gehe auch gerne mal in Galerien hinein, auch in neue Galerien, die ich vielleicht noch nicht kannte, und entdecke da, ja, man kann wirklich mit offenen Augen, macht Spaß übrigens, mal wirklich mit offenen Augen, mit den Augen eines Besuchers durch die eigene Stadt zu gehen und die Dinge zu tun, statt irgendwo weit hinzufahren, zu sagen, ich bleibe heute in der Stadt, in meiner Stadt, und ich entdecke meine Stadt neu mit den Augen eines Besuchers. Mache ich übrigens sehr, sehr gerne, immer wieder mal mit den Augen eines Besuchers durch eine Stadt gehen, und dann entdecke ich Neues. Auf diese Art und Weise habe ich letztens eine wunderschöne Galerie entdeckt mit moderner Kunst, moderne Kunst, Kunst von heute. Kunst auch mit vielen Installationen, ja, die wo zum Beispiel modernste Technik, digitale Technik mit traditioneller Technik, mit Malerei und so weiter kombiniert wird. Ganz, ganz tolle Kunstwerke, wenn man sich darauf einlässt, sie zu entdecken. Wenn ich hinschaue, das allererste, denke ich, ach, ist nicht so interessant, ist langweilig, sieht irgendwie so aus wie ein gemalter Strich oder vielleicht sogar wie gar nichts gemalt oder wie eine angemalte Leinwand, aber es macht wirklich Sinn, sich dann mal mit den Künstlern zu unterhalten und die Bedeutung dessen dahinter zu erfahren. Warum spielt das eine Rolle hier in diesem Video? Weil es Sinn macht, sich über die Bedeutung dahinter zu informieren, sich einzulassen auf Neues, einzulassen auf Dinge, mit denen ich mich vielleicht bis jetzt nie beschäftigt habe. Vielleicht mit der Seele, vielleicht mit Kunst, vielleicht auch mit moderner Musik. Technik, sich einzulassen, die Neugierde zu behalten, das ist wirklich das A und O unseres Lebens. Wir, und dazu gehöre auch ich und wahrscheinlich auch Sie, haben relativ schnell so Vorurteile. Ja, na, das ist nichts für mich, das ist Blödsinn, das verstehe ich nicht oder das interessiert mich nicht. Bleibt offen, die Neugierde, sich die Neugierde zu behalten, das ist das A und O unseres Lebens. Und das ist auch das, was das Leben lebenswert macht, was das Leben schön macht. Das A und O unserer Neugierde. Die Neugierde zeigt uns immer wieder neue Dinge. Wenn ich mit offenen Augen durch meine Stadt gehe, die ich kenne und ich versuche dann, in dieser Stadt Neues zu entdecken, glaubt mir, ihr werdet ganz andere Dinge sehen. Vielleicht auch mal in einen Laden hineingehen, wo ich normalerweise niemals reingehen würde. Da entdeckt ihr auch übrigens manchmal Neues. Ich liebe ja die Trödelläden, ja. Trödelläden sind wunderbar, Trödelmärkte natürlich auch, aber auch Trödelläden. Zu schauen, was ist da, was sind da für Dinge, was hat das vielleicht für eine Vergangenheit. Den Gegenstand einmal anzufassen und dann die Augen zuzumachen und zu spüren, welche Energie in diesem Gegenstand drin liegt. Alles hat Energie. Alles ist Energie. Und gerade jetzt bewegen wir uns, und da haben wir schon oft darüber gesprochen, in eine Zeit hinein, die ganz schnell ganz große Veränderungen bringt. Und ich bin davon überzeugt, dass es eine Veränderung hin ist zum Positiven, zu einer neuen Dimension, zu einer anderen Dimension. Auf die Politik, ja, auch Politik hier in diesem Video, ganze Bandbreite, auf die Politik können wir uns und brauchen wir uns nicht verlassen. Und wir sehen es zur Zeit, wir sehen es weltweit. Die Masken fallen. Wo gibt es einen Politiker, zeigt mir einen einzigen, von dem wir sagen, dem vertraue ich oder der, die vertraue ich bedingungslos. Bedingungslos geht nicht, nein. Politik ist immer mit Interessen verbunden. Die Lösung wird niemals aus der Politik herauskommen. Und gerade jetzt haben wir natürlich da ein gigantisch großes Chaos. Und glaub mir, das Chaos, was da ist, in der Politik, mit den Entscheidungen, die die Politik derzeit trifft, politisch, es sind fast alles politische Entscheidungen. Es sind fast alles politische Entscheidungen. In Aachen zum Beispiel, in der Stadt, darf ich mit meinem Auto, wenn ich nicht ins Parkhaus gehe, maximal eine Stunde parken. Nicht die Elektroautos. Sie dürfen zwei Stunden parken. Ist das gerecht? Natürlich ist es nicht gerecht. Es geht auch nicht um Gerechtigkeit. Es ist eine politische Entscheidung. Ja, jetzt kann ein Zuschauer hier oder mehrere Zuschauer werden vielleicht sagen, muss so sein, denn wir müssen auf die, die Autos müssen elektrische Autos werden und, und, und. Sind elektrische Autos besser als Autos, die auf herkömmliche, auf fossile Energien fahren? Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir in 100 Jahren sagen, das war die falsche Entscheidung, weil dann haben wir vielleicht nicht mehr die, die Teile, die, die, die Bodenschätze, die wir brauchen, damit wir überhaupt diese Akkus herstellen können. Die Lebensdauer der Akkus sind auch nicht sehr groß. Vielleicht sagen wir in 100 Jahren, das war keine gute Entscheidung. Vielleicht wird das alles wieder verändert, abgeschafft. Das nennt man Entwicklung. Das nennt man Veränderung. Es sind politische Entscheidungen, die sehr, sehr oft nichts mit dem Wohl oder dem Wohlbefinden oder mit den Interessen der Bevölkerung zu tun haben. Politik ist immer von Interessen geleitet. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist so. Also bleiben wir bei unserer Seele, über die wir reden und wo viele sagen, ja, aber ich weiß nicht einmal, ob ich sie habe und wo sie ist. Wir haben eine Seele und wir spüren es auch. Jeder von uns kann es ganz einfach spüren. Dann nämlich, wenn ich aus unerklärlichen Gründen ein Gefühl habe, ein Gespür, wo ich sage, das gefällt mir nicht. Vielleicht sollte ich nicht doch besser einen anderen Weg nehmen als den Weg. Die Person, mit der ich mich gerade unterhalte, eigenartig, mein Bauchgefühl macht mir da irgendwie Sorgen. Ja, wie oft waren wir in solchen Situationen? Macht euch mal eine Liste. Wie oft war ich in meinem Leben in einer Situation, wo sich dann vielleicht sogar oft im Nachhinein rausgestellt hat, dass die Seele, die mit mir gesprochen hat, über meine Emotionen, dass diese Seele tatsächlich womöglich Recht gehabt hat. Und da ist mein Kopf.